Wie viel Umsatz macht ihr pro Tag? Oder in der Woche? Also in der Woche sind es im Moment, wenn alles gut läuft, zwischen 800 und 1000 Euro. Wobei wir uns mal ausgerechnet haben, dass wir mindestens 400 Euro am Tag schon bräuchten, um normal zu leben. Jetzt habt ihr schon wieder 12.000 in der Miese. Sag mal ganz ehrlich, wie geht es denn dir dabei? Mir geht es damit nicht gut, aber ich hänge an diesem Laden. Ich möchte den nicht so einfach aufgeben. Die Ratsklausel. Marions großer Lebenstraum. Deshalb hat sie den Laden von ihrem Freund Jens nach dessen Pleite übernommen. Doch auch Marion macht zurzeit 4000 Euro Miese monatlich. Wie haltet ihr das in eurer Beziehung eigentlich aus? Ich habe ihm nie Vorwürfe gemacht, in dem Sinne, dass er jetzt den Laden so verschuldet hat. Weil ich habe ja gesehen, warum es so ging. Marion und Jens halten zusammen. Trotz der riesigen Probleme. Was mich zum Beispiel unheimlich ärgert ist, man kann nicht hier vorplanen. Man weiß nicht, ob heute drei Leute zum Essen kommen und morgen 50. Das kann man nicht sagen. Das weiß man nicht. Kann das sein, dass ihr auch kein Geld habt, um einzukaufen? Ja, natürlich. Das meinte ich ja auch damit, dass man natürlich so am Minimum arbeitet, dass ich nicht jeden Tag alles frisch kaufen kann. Und auch nicht auf die Menge das haben kann, was man eigentlich manchmal benötigt. Die finanzielle Schieflage führt dazu, dass nicht alle Waren vorrätig sind. Deshalb kann Koch Jens seinen Gästen nicht immer alle Speisen anbieten. Für das heutige Menü scheint aber genug Schweinebraten da zu sein. Von Service aushilfe Angelika will Frank Rosin wissen, wo sie die Probleme sieht. Schließlich arbeitet sie seit zwei Jahren mit Koch Jens zusammen. Wie erlebst du ihn so als Mensch? Er ist irgendwo überfordert. Und wie zeigt sich das? Wie sich das zeigt? Wenn ich jetzt Essensbestellungen in die Küche bringe, dann fängt er an zu wirbeln. Und wenn ich dann zwischendurch mal ein bisschen trommle, weil ich denke, dass das Essen so lange dauert, dann fängt er an zu schreien. Verschwinde aus der Küche, ich klinge, wenn das Essen fertig ist. Und dann lasse ich ihn. Und vor allen Dingen kriegt es die Leute ja auch mit, wenn sie hier sitzen. Also im Grunde beschwert er sich dann, dass Gäste da sind und Arbeit da ist, weil er mit der Arbeit nicht zurechtkommt? Weil er nicht damit gerechnet hat, weil er dann vielleicht die Ware nicht da hat und erst mal losgehen muss, um die Ware zu besorgen. Der Einkauf. Ein wichtiger Ansatz also. Denn dadurch, dass nicht genug Ware da ist, muss Koch Jens immer wieder schnell was besorgen. Das Essen geht nicht pünktlich raus, die wenigen Gäste beschweren sich. Und das führt zu Stress im Team. Gekocht wird in der Ratsklause jedenfalls frisch. Was meinst du denn, woran lag es denn, dass du pleite gegangen bist? Was war denn der wirkliche Grund? Tja, der Hauptgrund ist, dass nicht genug Geld reinkam. Und warum kommt nicht genug Geld rein? Tja. Also, weiß ich nicht. Kann ich jetzt auch so nichts zu sagen? Ex-Inhaber Jens gibt sich wortkarg und scheint hier Augen vor seinen Problemen zu verschließen. Genau so wie vor dem Dreck in seiner Küche. Du findest dich wie ein Aal und du gehst die Sachen wirklich nicht ordentlich an. Das ist unfassbar, was hier alles zu tun ist. Ja. Naja, heute steht erstmal das Testessen an. In gut 30 Minuten rücken die Gäste an und Frank Rosin will wissen, wie sie empfangen werden. Was soll ich dazu sagen? Besteck und Servietten auf einem Teller. So sieht also die Tischdeko für das Testessen aus. Aber gut, wie weit ist denn die Küche? Suppe und Pilzragoat sind fertig. Aber Chefkoch Jens ist nicht da. Frank Rosin nutzt die Gelegenheit, um mit Aushilfe Uwe zu sprechen. Sagen wir mal, wo sind hier nach deiner Meinung wirklich die Probleme? Das Speiseangebot ist halt nicht so doll. Also die Speisen, was es alles gibt hier, das Angebot im Prinzip, ist nicht so abwechslungsreich, wie man es sich vorstellen könnte. Das Speiseangebot könnte also verbessert werden. Ein guter Hinweis. Aber jetzt erstmal steht das Testessen an. Da ist der Chef, ja. Ja, also 20 Minuten noch. Wo warst du? Äpfel, Sahne, Milchholz. Hat dir noch gefehlt? Ja. Wo hast du dir so schnell hergeholt? Um Türken? Nö, man kennt ja ein paar Kollegen im Umkreis. Ach, dann geht das so zack, zack. Das geht unter der Hand immer ruck, zuck. Immer pilzbereit. Gut, 20 Minuten noch genannt. Ja. Ich will euch jetzt kochen sehen. Die Planung ist anscheinend nicht die Starke des Hauses. Chefin Marion war doch eben noch einkaufen. Wie dem auch sei, kochen ist jetzt angesagt. Doch Küchenchef Jens weiß nicht so recht, wo er anfangen soll. Schließlich geht's an die Crepes fürs Dessert. Wie viele Crepes hast du gewackert? Ja, gleich. Ich glaub genau 25. Oder 24,5. Ich hör ja, dass die Lässe kommen. Ich geh jetzt mal gucken. Seid ihr soweit? Im großen und ganzen Ohr. Alles fertig. Ja, na, wir zaubern uns das schon zurecht. Bleibt zu hoffen, dass das Menü die Testesser auch verzaubert. Die ersten der 25 Gäste kommen gerade an. Begrüßt werden sie von Serviceaushilfe Angelika. Guten Abend. Hallo. Hallo. Währenddessen ist sich Koch Jens auf einmal gar nicht mehr so sicher, ob die Crepes reichen. 21, 22, 23, scheiße. So langsam scheint der 44-Jährige nervös zu werden. Nehmen wir Wasser und dann passt das schon. Keine Milch mehr da? Komisch. War Koch Jens nicht eben noch Milch kaufen? Chefin Marion bekommt von alledem nichts mit. Und auch von ihren Gästen nicht. Das Servieren überlässt sie Aushilfe Angelika und kümmert sich selbst nur um die Theke. Unterdessen in der Küche. Du füllst es auf, stellst es hin, ich mache Petersilie drauf und bringe die Tassen hier rüber. Stress und Hektik in der Küche nehmen zu. Inhaberin Marion bekommt auch das nicht mit. Dennoch, obwohl sie alleine serviert, bringt Angelika die Kartoffelsuppe ohne Verzögerung an die Gäste. Und? Mehr Brei als Suppe. War so eine Pampe, um ehrlich zu sein. Und hat sehr chemisch geschmeckt. Schmeckt chemisch? Hm. Und das, obwohl die Kartoffelsuppe frisch gekocht war. Vielleicht hat Frank Rosin ja eine Erklärung dafür. Wenig Salz, wenig Aromen. Irgendwie matschig, pampig. Also, fachlich wirklich schlecht gekocht. Ach so, daran lag es. Hoffentlich überzeugt jetzt die Hauptspeise die Neuköllner. Es gibt Schweinebraten, Pilzragout und Petersilienkartoffeln. Die Kartoffeln sind zu weich geworden. Zu weiche Kartoffeln. Doch Koch Jens hofft, dass das die Testesser vielleicht ja nicht merken. Die Kartoffeln waren ein bisschen sehr zerkocht. Also, es war alles sehr weich. Ich mag Pilze halt extrem gerne. Aber die waren halt nicht gut gewaschen. Also, wir hatten halt alle Sand mit drin. Das geht einfach gar nicht. Das sah eigentlich bei der Zubereitung ganz gut aus. Ist aber nicht gut. Sandig, trocken, matschig, Soßenpulver. Auch die Hauptspeise punktet nicht. Jetzt kommt es aufs Dessert an. Und rüber damit. Was ist? Die sind nicht richtig durch. Fass mal an. Wie so ein Fensterleder. Liegt's am Wasser, mit dem Koch Jens die letzten Krebs gemacht hat, weil keine Milch mehr da war? Das Dessert kam jetzt wieder raus. Wie fühlt sich das an? Ähm. Nimm's richtig in die Hand. Wie ein Lappen. Fensterlappen oder einfach nur Lappen. Fest steht, so können die Krebs eigentlich nicht raus. Würdest du Pfannenkuchen mit Apfelkompott und gekaufte Schokoladensoße essen? Ne. Sache ist laut. Das ist Geschmackssache. Das ist Geschmackssache. Jeder redet sich hier raus. Jeder weiß, dass der Laden ne Scheiße ist. Aber jeder redet sich hier raus. Ja, wenn wir es besser wüssten, bräuchten wir ja Frank Rosin nicht rufen. Ja, du bist ja lustig. Dann hören wir mal jemandem zu. Keiner hört mir zu. Das ist ja so, dass ich sage was. Ich sage was. Das verschlägt selbst Frank Rosin die Sprache. Mit karamellisiertem Apfelkompott und auf Schokosauce angerichtet, geht die Nachspeise raus. Und schmecken die Fensterlappen, äh, die Krebs. Ich mag es nicht, wenn alles danach der Soße schmeckt. Und diese Schokoladensoße mit der leichten Alkoholnote war jetzt halt auch irgendwie sehr dominant. Ich fand den Krebs auch ein bisschen mehlig. War okay, Durchschnitt. Durchschnitt, naja, das ist ja noch halbwegs gut gegangen. Frank Rosin jedenfalls hat Glück gehabt. Sein Krebs scheint durch zu sein. Da muss man ein bisschen an dem Konzept feilen, ein bisschen an der Technik feilen, ja, und an der Anrichterweise. Dann könnte man da vielleicht was draus machen. Und vor allen Dingen eine Kugel Eis. Mensch, eine Kugel ist Eis. Das Dessert ist also ausbaufähig. Doch jetzt kommt es erst mal auf die Testdesser an. Sie bewerten das Drei-Gänge-Menü. Aber auch Ambiente und den Service. Zehn ist die beste und Null ganz klar die schlechteste Punktzahl. Die Bewertung der Gäste ist die Basis für die Arbeit der Sternekochs in den nächsten Tagen. So, darf ich bei euch mal ganz kurz gucken, was ihr gewertet habt? Okay. Ambiente, fünf Punkte. Das ist ziemlich viel Klim-Bim, so die Pokale überall. Im Großen und Ganzen ist für mich kein stimmiger Stil zu erkennen. Ich wollte noch was zum Service sagen, weil ich fand das sehr nett. Aber ich hätte zwischendurch, hätte ich es gut gefunden, wenn man gewusst hätte, was es als nächstes zu essen gibt. Selbst Ambiente und Service-Erntenkritik. Ob das Team der alten Ratsklausel ahnt, wie schlecht der Abend gelaufen ist. Also ein Teil sagte, die Kartoffelsuppe hat nicht nach Kartoffelsuppe geschmeckt. Dann war sie sehr dick. Das ist richtig, ja das stimmt. Dafür, für das, was es war, ist es ja auch gut gelaufen, weil so improvisieren muss man ja selten. Ziemlich gut gelaufen? Improvisieren? Na, wenn das mal keine Ausreden sind. Aber das hatten wir ja schon. Ich sehe es schon, ihr besprecht euch gerade. Ich habe hier die Bewertung der Testesser. Die gehe ich jetzt auswerten. Ihr beginnt hier auf jeden Fall die Küche putzen. Ganz, ganz wichtig. Ja. Tschüss. Ja, na dann lasst uns mal anfangen, wa? Ja, ich habe meinen Tresen zu machen. Ich bin weg. Gut. War das heute ein heilloses Durcheinander. So was habe ich schon lange nicht mehr erlebt, ja. Das hier, das reicht gerade mal für Kneipniveau. Mehr nicht. Ich bin gespannt, wie ich es weitergehe. Zweiter Tag in der alten Ratsklausel in Neukölln. Ich nehme es vorweg. Desaströs. Und für mich stellt sich jetzt die Frage, wo geht die Reise hier eigentlich hin? Ich finde es heraus. Sein Weg führt Frank Rosin aber zuerst in die Küche. Da war doch was. Über Nacht sollte gründlich geputzt werden. Also mit dem Putzen hat es ja noch nicht so gut geklappt, wie ich sehe, hm? Ja, wir haben angefangen, aber wir haben uns jetzt einen Dampfstrahler besorgt. Und wenn wir heute Feierabend haben, dann geht das richtig zur Sache. Und morgen glänzt die Küche, als wenn sie neu wäre. Na gut, unter der Prämisse, dass es natürlich sehr, sehr kurzfristig war, will ich da mal Gnade vor Recht ergehen. Und werde euch noch einen Tag geben. Gnade vor Recht also. Wie ungliedig die Bewertung des Testessens ausgefallen ist, muss der Sternekoch jetzt dem Ratsklausel-Team klar machen. Ja, ihr Lieben, ich habe das Ergebnis des gestrigen Testessens. Und bevor ich euch die Meinung der Testesser verkünde, würde ich von euch wissen, wie ihr den Tag gestern empfunden habt. Jens, wie hast du das empfunden? Ich empfand das gestern aufregend, neu, weil das mir auch noch nicht so oft passiert für 25 Leute aus Salameng, ein Drei-Gänge-Menü innerhalb kürzester Zeit zuzubereiten. Aber sie haben alle das Gleiche gegessen. Ja, und ich bin ja kein Schuster. Ich weiß ja, wovon ich rede. Ja, das war keine große Aufgabe gestern. Marion? Also, dadurch, dass ich meistens hinter dem Tresen stehe und nicht viel mit dem Service zu tun habe, klappte es aber trotzdem gut. Was in der Küche weiter kann ich nicht zusagen, weil ich stand hinter dem Tresen. Ja, aber die Theke klaut doch keiner. Die musst du doch nicht festhalten zwölf Stunden am Tag. Du kannst dich doch hier mal bewegen. Nein, du setzt dich da draußen hin und piefst erstmal eine und erklärst mir, dass das Gästebetreuung ist. Also, hallo? Das ist einfach nur eine Ausrede, um sich einfach mal ein bisschen auszuruhen. Gut, okay. Dann werde ich euch mal sagen, was die Testesser gesagt haben.